Der Stefan hatte bei mir ein Kulscher gebucht zum Bereich Filmmusik. Er hatte nämlich einen kleinen Osterfilm selber gedreht und hatte auch schon etwas Filmmusik dazu geschrieben und hatte jetzt noch einige Fragen. Wie lege ich überhaupt so ein Projekt an? Wie fange ich an? Wie finde ich das richtige Tempo raus? Wie schaffe ich es, dass die Musik genau dann den Einsatz hat, wenn auch im Bild was passiert und noch viel mehr? Ja, und er hat sich netterweise bereit erklärt, dass wir das Ganze aufzeichnen. Deswegen, hallo Stefan! Moin Tim, schön, dass ich mal da bin. Erstmal Tim, ich sehe dich nicht. Das ist Nummer 1. Was? Ne, ich kann dich nicht sehen. Jetzt nicht. Ah, dank dir. Jetzt haben wir es. Ja, ne, also es geht eigentlich darum, halt auch mal ein Video zu vertonen, was ich jetzt selber mal gemacht habe. Es geht jetzt nicht um das Video an sich, sondern einfach nur, wie starte ich ein Projekt? Wie kann ich mir ein Template erstellen, was auch für andere Projekte gut nutzbar ist? Wie kann ich das, sagen wir mal, das Tempo bestimmen, die einzelnen Szenen, die Marke ersetzen und, und, und. Also, wenn man jetzt einen Auftrag bekommen würde, wie geht man da jetzt ran? Man hat ja das Videomaterial, die Vorlagen, ich sag mal, so und so soll das klingen. Wie gehst du da ran? Das ist das, was ich mir so vorstelle, was ich brauche. Das klingt erst mal nach nur so drei Fragen, die aber schon Stunden brauchen könnten im Detail. Also, Template ist eine Sache, wie gehe ich ran, ist dann eine andere Geschichte, das ist auch jedes Mal so unterschiedlich. Das können wir aber auch anhand deines Videos gleich mal machen. Manchmal nutze ich ein Template, manchmal nicht. Manchmal habe ich schon einen Film, manchmal habe ich noch keinen Film. Das kann alles sehr, sehr unterschiedlich sein. Und jetzt hast du ja einen Film schon gemacht. Du hast ja bei dir Cubase, richtig? Ich habe bei mir Cubase, ja. Ja, also, weil die meisten immer fragen, was ist der Unterschied zwischen Nuendo und Cubase? Nuendo ist der große Bruder von Cubase. Und Nuendo hat alle Funktionen, die auch Cubase hat. Und wenn man nur komponiert, braucht man definitiv kein Nuendo. Nuendo ist eher dafür gedacht, um Post-Production zu machen, nass zu synchronisieren, Game-Audio. Und es gab so ein paar Kleinigkeiten, wo ich dachte, die wären auch cool für Cubase-User. Und die meisten davon sind mittlerweile von Nuendo in Cubase rübergewandert. Ja, und 12 halt auch, mit der zweiten Videospur oder wie, habe ich gelesen. Ja, zweite Videospur ist super, auch, dass es früher, glaube ich, nur eine oder zwei Markerspuren gab in Cubase. Jetzt gibt es auch, ich weiß nicht, wie viele, aber genug. Okay, das hast du zum Beispiel noch nicht. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele es in Cubase sind, aber mittlerweile ausreichend. Also, ich habe manchmal doch so einige Markerspuren. Und jetzt haben wir einfach mal das Projekt reingeladen. Das Erste, was wir hier sehen, ist eine Videospur und dass wir eine Audiospur haben. Und jetzt sehen wir in diesem Thumbnail von der Videospur, Projekt und Framerate sind unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Ja, ja, ich sehe das sehr gut. Ich weiß es ja auch, ich habe es ja auch genommen. Ich weiß, dass wir in dem Video 24 Frames haben und genau das Projekt dann wohl angeleitet. Und das Gute ist, man muss jetzt gar nicht mal lesen, was da steht. Denn wenn ich das ziemlich klein mache, dann kann man immer noch sehen, oh, da ist rote Schrift und das heißt ja meistens nichts Gutes. Und das heißt meistens genau das. Also, Projektrate ist 25 Frames per Second, Video 24. Das sollte man immer überprüfen. Jetzt gehe ich hier auf Projekt, Projekteinstellungen. Und jetzt habe ich links stehen Projekt Framerate. Ich könnte die manuell einstellen. Ich kann es mal viel leichter machen. Framerate von Video übernehmen. Zack, automatisch übernommen. So, und das ist einfach wichtig für den Timecode. Was ich da nämlich immer gerne mache, also immer, dass ich oben die Takt ab und unten drunter den Timecode. Jetzt habe ich den Timecode ja noch gar nicht. Also lege ich mir eine neue Spur an. Rechtsklick. Oder es gibt ja mehrere Möglichkeiten. In jedem Fall habe ich jetzt einen Rechtsklick gemacht. Und wähle jetzt Spur hinzufügen. Lineal. Und die packe ich jetzt nach ganz oben. Momentan sind die Lineale gleich. Das eine ist takte Zielzeiten. Und das andere auch. Jetzt möchte ich aber, dass wir oben takte Zielzeiten haben. Und unten den Timecode. Also nicht Sekunden, sondern Timecode. Und jetzt können wir den Timecode hier unten in der Transportzeile noch nicht sehen. Ich könnte jetzt hier draufklicken. Sehe den Timecode. Und jetzt wollen wir mal das Ganze auf Takt 3 packen. Hier haben wir Takt 3. Aber ich habe noch zwei Takte hier als Versatz. Also es geht bei mir los bei minus 1. Minus 1, 0, 1. Auch diesen Versatz, den kann man sich einstellen. Auch in den Projekteinstellungen. Das ist dann hier der Anzeigeversatz in Takten. Also viele Komponisten sagen, wir machen diesen Anzeigeversatz nicht. So, jetzt kriege ich hier die Meldung. Sie haben den Taktversatz geändert. Sollen die Taktposition beibehalten werden? Nein. Und jetzt fängt alles auf Takt 5 an. Und das ist auch ganz oft so, dass viele Komponisten sagen, gut, wir fangen bei Takt 5 an, damit da vorne noch vier Takte sind, wo man MIDI-Controller-Daten rüber senden kann. Gerade bei großen Templates oder Velocity, nicht Velocity, sondern Volumen, CC1, CC11 und so weiter und so fort. Und damit auch einige Plugins sich eingrooven können. Also nicht nur Instrumenten-Plugins, sondern auch Effekt-Plugins. Ja, ist klar. Wenn man da ganz vorne anfängt. Von maximal zwei Takten, ja. Also wenn das funktioniert, auch gut. Ja, ich denke, ich habe noch nicht so eine Projekte, wo das wirklich so erforderlich war. Ja, die Musik wird jetzt wahrscheinlich nicht schlechter klingen, sondern es ist einfach gut, noch ein bisschen Headroom zu haben. Das andere, was jetzt wichtig ist, das ist der Timecode. Und wenn du ein Projekt selber machst, also nur für dich, dann ist das, sage ich mal, zu vernachlässigen. Wenn du das aber mit anderen austauschst, dann ist es wichtig, dass man mit dem anderen, mit dem Editor, sie abspricht, bei welchem Timecode fängst du überhaupt an. Also, wo man nie anfangen sollte, wäre Null. Weil noch was davor sein könnte. So, was ist vor Null? Das sieht jeder DAW irgendwie anders und das ist eine ganz große Falle und ein Risiko, eine Fehlerquelle. Deswegen fängt man eigentlich bei einer Stunde an oder bei zehn Stunden und wir gehen jetzt auf Takt 5 und wollen, dass wir jetzt bei Takt 5 den Timecode haben, eine Stunde. Jetzt sehen wir aber, hm, hier unten sind wir bei einer Stunde, zwei Sekunden und, Moment, eine Stunde, zwei Sekunden und zehn Frames. Um jetzt hier auf eine Stunde zu sein, könnte ich in Projekt gehen, Projekteinstellungen und den Anzeigeversatz auswählen hier. Ja, oder hier oben den Projektstart. So, da müssen wir mal langsam anfangen zu rechnen, ne? Okay, ich muss zwei Sekunden und zehn Frames abziehen. Was wäre das jetzt für ein Projektstart? Gut, in jedem Fall ist es leicht zu machen, aber es geht viel einfacher. Ich gehe auf Projekt. Ja, wir sind für ein Stück. Ja, genau. Einfach und schneller. Timecode am Positionszeiger einstellen, also auf Projekt und dann Timecode am Positionszeiger einstellen und wähle jetzt hier einfach 0100. 0100, jetzt kriege ich hier die Frage, Sie haben den Timecode-Versatz geändert. Sollen die Timecode-Positionen beibehalten werden? Nein, sollen Sie nicht, sonst würden sich jetzt die Files alle verrutschen. Die sollen ja alle da bleiben, die beiden Files. Die beiden Timecode-Versatz sind. Genau. So. Das haben wir jetzt. Und das Nächste, was ich mache und zwar auch immer, ist die Funktion die Wide Tracklist. Hast du damit schon mal gearbeitet? Nee. Okay. Ich zeige dir mal kurz, wofür dir gut ist. Wenn das Ganze anfängt zu wachsen und ich erzeuge jetzt einfach mal 20 MIDI-Tracks. So, jetzt habe ich diese 20 MIDI-Tracks und jetzt colle ich ein bisschen nach unten. Ja, super. Wir können den Film nicht mehr sehen. Ja. Wir sehen die Audiospur nicht mehr, die zum Film gehört. Wir sehen auch nicht mal den Track mit dem Timecode. Ja. So, das wäre natürlich echt ein bisschen doof. Ja, es gibt aber eine mega geile Funktion in Cubase. Und zwar rechts oben unter diesem Knopf, wo ich einstellen kann, ob das obere Lineal takte Zählzeiten ist, was auch immer. Da habe ich dieses Zeichen, was aussieht wie ein Slash. Ja. Und wenn ich da rübergehe, da steht da Wide Tracklist. Mache ich jetzt. Und jetzt ist unser Arrangierfenster in zwei Teile eingeteilt, oben und unten. Oben habe ich jetzt noch nichts. Jetzt nehme ich einfach das Lineal-Timecode, ziehe das nach oben, mache das mit dem Video und dem Ton zum Video. Jetzt habe ich gerade zweimal auf Z gedrückt und jetzt bleibt das oben. Wenn ich jetzt nach unten scrolle, Moment, so, wenn ich jetzt noch im Blick. Perfekt. Genau. Alles, was ich oben in den oberen Teil reingepackt habe, bleibt da. Und alles, was unten ist, ist völlig unabhängig davon. Auch der Zoom ist davon völlig unabhängig. Ja, wenn du nämlich nachher viel zu viele Spuren hast, ich kenne das auch. Das ist auch sowieso schwer, da durchzusehen. Da mache ich mir immer halt Ordner, um halt 10 dann irgendwie hier auch zu behandeln. Das ist gut. Sehr schön. Und eine Version, die ich total oft nutze, was aber keiner merkt, ist die Version als neue Version speichern. Also ich gehe auf Datei, neue Version speichern, keycommand ist STRG-S, denn dann wird das oben als neue Version abgespeichert. Ich mache das jetzt mal. Zack. Ach so. Stand gerade Ostern 2022 minus 01, jetzt minus 02. Ich mache es nochmal. Jetzt steht Ostern 2022 minus 03. Okay, cool. Das ist in jeder Hinsicht der Hammer. Und ich habe auch schon ein Video dazu gemacht, deswegen gehe ich jetzt nicht genau darauf ein. Aber ich nutze nie Autosave, sondern immer diese Funktion werde ich auch oben verlinken, für diejenigen, die die Funktion noch nicht kennen, warum die so mega geil ist. Das war der erste Teil. Im zweiten Teil gucken wir uns das Video an. Es geht um Stefans Konzept. Es gibt eine Piano-Position und es geht um die Markerspur. Und wenn auch du dein Coaching haben möchtest, dann schreib mir eine E-Mail. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.